Hiho und willkommen zurück, mein lieben Rollenspiel und Dungeon-Freunde zu The Fall of the Dungeon Guard jetzt. Ja, wir sind am Ende der letzten Aufnahmesession hier in diesem Bereich angekommen. Von Level 16. Ich muss mir übrigens mal dann irgendwann die Mühe machen, mir zu gucken, ob ich auf Level 15 und 16 Secrets vergessen habe. Ich muss mir das auch noch nachholen. Ja. Das waren die beiden Schüsseln von den Echsenmenschen, die haben wir hier gebraucht. Weil hier war ja das kleine Lava-Gebiet mit dem Secret hier. Gut, wir müssen weiter die Pyramide hier erklimmen. Und wahrscheinlich jedes Mal, wenn wir... Ja, hier geht's zu und... Und hier... Kommen die Feuerspucker. Okay, es sind wieder nur zwei. Okay, und Damage machen. Heilung anschmeißen. Blocken, was zu blocken geht. Weiter heilen. Tut nämlich doch ganz schön weh. So, jetzt ist es nur noch die eine. Dann geht's ja eigentlich. Die können gleich mal unterbrechen. Das tut der Heilung gut. Sie droppen sogar was, was uns nix bringt. Von den Stats her. So, die Tür ist auch geschlossen jetzt. Warum habe ich so das Gefühl, dass das nochmal passieren wird? Ja. Diesmal mit der Druckplatte. Habe ich was für die Druckplatte? Ja, werfen wir einfach das Buch da drauf. Kann ich sogar von hier aus sehen, das Buch. Und ja, Teleporter. In unser Verderben. Autsch, wir haben Gesellschaft. Ein anderer Drache. Großartig. Möchtest du meine Meinung über die Situation? Er ist groß, er ist böse. Er sprungt wahrscheinlich jede Menge Feuer. Und meine Meinung ist, dass es heiß und heftig wird. Versuchen wir uns einfach, uns die hier auf den Füßen kochen zu lassen. Das ist ein guter Plan. Okay. Ja, das ist der Drache mit... Ich weiß nicht. Kriegt er nur 25% Feuer Schaden? Oder... Ähm... Falsch. Das wollte ich. Ähm... Oder reduziert sich der Schaden um 25%? Das wollte ich wissen. Weil wenn, dann habe ich nur einen Eiszauber hier zur Verfügung. Was ein bisschen doof ist. Was den Schaden angeht. Ja. Wir werden es sehen. Hallo Drache. Oh wow, du feuerst gut. Da sollten wir wegbleiben. Ei. Das werden wir einfach reißbolzen. Und er hat verdammt viele Lebenspunkte. Das ist auch nicht schön. Er beißt ziemlich oft. Ja, Fetzen unterbrechen wir mal. Weil ich glaube, das trifft alle. Wow. Ähm... Das war der interessante Feuerflutkumpel. Mach mal das. Du das. Und dann ihn heilen. Bis jetzt sind die Schmerzen, die er zufügt, noch einigermaßen auszuhalten. Sollte auch immer wieder dran denken. Mein Zeug. Oh, Feuerflut. Da sollte ich zurückweichen. Okay. Das Fetzen kann ich unterbrechen. Du, mach mal eine... Gruppenheilung. Sicher ist sicher. 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 Das könnte wirklich ein langer Kampf werden. Zum Glück habe ich genug Heidtränke und so übrig. Um das ein bisschen zu kompensieren. Fetzen unterbrechen. Erster Heidtränke. Erster Heidtränke. Feuerflut. Okay. 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 Erster Heidtränke. Spotte den mal bitte für mich. Dann wechseln wir doch die beiden lieber mal wieder ab. Das ist alles okay soweit. Ah, das Heidschild. Mal erneuern. Das könnte helfen. Dann eine große Heilung. Also eine Gruppenheilung. Dann wieder das. Fetzen unterbrechen wir. Okay. Oh, kein Marner mehr. Das ist nicht gut. Äh, nein. Halt da. Du trinkst auch gleich mal Marner-Trank. So, das ist also so. Okay, wir haben schon mal ein Drittel abgezogen. Das ist gut. Die Heilung. Die Heilung. Au. Mist. Da bin ich nicht schnell genug zurückgewichen. Äh. Neuladen. Ohne Heiler können wir es vergessen. Okay. Ich frage mich gerade, ob es irgendeine Art Muster gibt. Ja, überspringen wir das mal. Das kennen wir nämlich schon alles. Speichern jetzt nochmal. Auf. In die Feuerflut gelaufen. Also zwei Fälle Entfernung auf jeden Fall. So, und dann können wir richtig durchlegen. Dumm, 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 dumm. Okay, das war jetzt einmal Fetzen und zwei Bisse, drei Bisse, vier Bisse, fünf Bisse, sechs Bisse. Einmal Fetzen. Das unterbrechen wir. Und dann kommt der Feuerflut. Aha. Au. Das tut unserem Heiler nicht gut. Oh, ich sollte aufpassen, dass ich immer noch zwei nach hinten komme. Ihr beide kriegt hier auch was ab. Okay. Das läuft dann das. Und dann heizt du dich nochmal selber. Sicher ist sicher. Jetzt dürfte bald wieder die Feuerflut kommen. Au, er dreht sich dabei, die Sau. Die Feuerflut wird nicht mal richtig angezeigt. Shit. Ich lade nochmal neu. Okay. Ich habe so das Gefühl, er macht sieben oder so Angriffe, bevor die Feuerflut kommt. Er ist, er wird langwierig sein. Okay. Ja, nicht das, sondern... Das hier bitte. So, halte ich selber. Das und das wieder. Das ist ein reiner Auslauerkampf, ey. So, Heiler heizt sich am besten mal selber ordentlich hoch. Wobei, ne, jetzt erstmal ihnen wieder eine Heilung verpassen, dann sich selber heilen. Ja, das Fetzen, das hätten wir unterbinden können. So, dann das. Dann das. Gut, die Feuerflut kommt. Fetzen können wir mal unterbrechen. Äh, nein. So ungefähr. Das, 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 das... Äh... Das Fetzen kann ich leider nicht unterbrechen. Die Feuerflut, soll ich zurückweichen? Ich unterbreche mal seinen Biss. Äh, das... Das... Dann nochmal... Auch nicht genug Mana. Und dann trinkt du mal einen. So, das sollte auch so ausgehen, hoffe ich mal. Okay, er benutzt immer noch einen Biss. Heiltrank, sicher ist sicher. Feuerflut, zurückweichen. Die Heilung, dann das. Dann das. Ne, brauchen wir nicht erst das. Ich muss immer gucken, dass ich das für Wüsten oben halte auch. Muss ich mal so taunen, ein bisschen. Au, Feuerflut. Zum Glück haben wir groß geheilt. Äh... Au. Da bin ich zu früh wieder vor. Ah, noch ein Heiltrank. Sicher ist sicher. Manatrank, Manatrank. Kleiner Manatrank haben wir nämlich noch genügend. So, wie wir auch kleine Heiltränke mehr als genügend haben. Also, wenn ich merke, dass irgendwer zu stark angeschadet ist, sollte ich ihn heilen. Okay. Das hat meine Heilerin ordentlich getroffen. Wow, Feuerflut. Okay, das wird jetzt langsam ein bisschen unschön, muss ich sagen. Wir haben ihn aber schon bald bei der Hälfte ungefähr. Was nicht unbedingt jetzt so hilfreich ist. Jetzt haben wir ihn ungefähr bei der Hälfte. Feuerflut. Wow. Am besten machen wir das so. Ah, ich wollte nicht nach vorne gehen. Du trinkst sicherheitshalber auch mal einen. Ähm. Schlecht. So, kannst du dich mal bitte beherrschen? Äh. Ah, lieber in der Reihenfolge. Nein, nein. Falsches Ziel. Danke. Hier wird nicht gefetzt. Feuerfluten ist mir egal. Solange du nämlich da rumstehst, kannst du nicht so gut viel machen. Vielen Dank. So, Owner.